Eduard von Möller war ein preußischer Politiker und Beamter. Er war Regierungspräsident in Köln und Kassel sowie Oberpräsident der preußischen Provinz Hessen-Nassau und des späteren Reichslandes. Elsass-Lothringen, Herkunft Er entstammt einer Ärztefamilie, sein Großvater Dr. Mitt. Johann Heinrich Möller war nicht nur Arzt in Bielefeld, sondern auch lippischer Hofmedikus in Detmold. Seine Eltern waren der Dr. Mitt. Friedrich Wilhelm Möller und dessen Friederike Würrmann. Einzige Tochter und Erbindes Großgaufmann und Inhaber der Leinenhandlung Würrmann und Empko. In Bielefeld Christian Arnold Würrmann und der Franziska Lucia von La. Sein Vater war Regierungsmedizinalrat in Minden sowie Schaumburg-Liepischer Hofrat, Leibarzt und Besitzer der Domäne Schlüsselburg-Weser. Sein Bruder Dr. Mitt. Friedrich Wilhelm von Möller war Mitbegründer und Brunnenarzt von Bad Höhlenhausen. Seine Schwester Elisabeth war mit dem preußischen Oberpräsident in Sachsen und Schlesien Wilhelm Felix Heinrich Magnus von Weddell verheiratet. Leben Nach dem Gymnasium in Minden und Bielefeld begann er 1832 mit dem Jurastudium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 1832 wurde er Mitglied des Korps-Gestfalljahr Heidelberg. Bereits im Folgejahr wurden die preußischen Studenten in Süddeutschland von der Regierung zurückgerufen. Er setzte sein Studium zuerst privat und danach an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin fort und promovierte zum Dr. UR. Im Jahre 1835 begann er seine Laufbahn im preußischen Staatsdienst als Auskultator am Gericht in Minden. Wechselte 1837 als Referendar nach Paderborn und danach zum Oberpräsidium der Rheinprovinz nach Koblenz. 1840 wurde er Landrat des Kreises Simmern im Hunsrück. Nachdem er im preußischen Innenministerium die Gemeindeordnung für die Rheinprovinz bearbeitet hatte, wurde er 1844 zum Staatskommissar der Köln-Main-Däner Eisenbahn-Gesellschaft berufen. Später wurde seine Zuständigkeit auf alle westliche Provinzen erweitert. 1848 wurde er Regierungspräsident im Regierungsbezirk Köln und vertrat zudem den Oberpräsidenten der Rheinprovinz. In dieser Zeit lernte er den späteren König und Kaiser Wilhelm I. kennen. 1849 wurde er in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt. Als das Kurfürstentum Hessen nach dem Deutschen Krieg 1866 von Preußen annektiert wurde, setzte ihn Wilhelm I. dort als Verwalter ein. 1867 wurde er Oberpräsident in der neu geschaffenen Provinz Hessen-Nassau und zugleich Regierungspräsident im Regierungsbezirk Wiesbaden. Setzte sich für einen Ausbau des hessischen Eisenbahnnetzes und für die Öffnung der kurfürstlichen Kunstsammlungen für die Allgemeinheit ein. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg wurde von Möller 1871 Oberpräsident im annektierten Elsass-Lothringen. Er reorganisierte die Verwaltung nach preußischem Muster und bereitete die Umwandlung zum Reichsland vor. 1879 schied von Möller aus dem Staatsdienst aus. Bis zu seinem Tode lebte er in Kassel, das ihn für seine Verdienste um die Stadt zum Ehrenbürger ernannt hatte.